Ja, die vier Hauptursachen für die HPU. Hi, hier ist Matthias und heute geht es um die HPU oder KPU, andere Bezeichnung. Hämopyrolactamurie oder Kryptopyrolurie ist eine Bezeichnung für eine Stoffwechselstörung in der Bildung vom Blut. Und viele von euch, die chronisch krank sind, Erschöpfung haben, Müdigkeit haben, Stoffwechselstörungen haben, Bauchschmerzen haben, Allergien haben, so diese klassischen Standardsymptome, wo die Schulmedizin häufig ein großes Fragezeichen im Gesicht hat, viele von euch könnten unter Umständen unter einer HPU leiden. Die HPU ist ein Phänomen, denn mit diesem Symptom oder mit diesem Krankheitsbild verliert man massenhaft Mineralien und das ist das große Problem. Was passiert da? Die Blutbildung des Hämoglobin besteht aus dem Globin und dem Häm. Und bei der Bildung von dem Häm, da gibt es Störungen. Das Häm wird gebildet im Körper, in den Zellen, in den Mitochondrien und dort kann es zu einem Fehler kommen. Und dann entsteht eben nicht Häm, sondern ein Zwischenprodukt, das nennt sich HPL. Jetzt ist es so, dass klassischerweise das Häm bindet bestimmte Mineralien, unter anderem Zink, Mangan, Molybden, Taurin und Vitamin B6, also Vitamin. Diese Mineralien sind auch normalerweise in Ordnung, wenn die gebunden werden, weil das ja wieder regeneriert wird. Das heißt, in dem normalen Hämoglobinzyklus wird Hämoglobin, nachdem das Blut wieder abgebaut wird von der Milz, werden die ganzen Mineralien wieder zur Verfügung gestellt für das nächste, für das neue. Das ist also ein Kreislauf und es geht nicht verloren. Der Körper ist da sehr sparsam. Habe ich aber diese Stoffwechselstörung und bilde dieses HPL, dann bindet dieses HPL auch schon diese ganzen Stoffe und Mineralien, wird aber, weil der Körper es nicht braucht, ausgepinkelt. Und das heißt, ich pinkele jeden Tag massenhaft Mineralien aus. Zink, Mangan, Molybden, Taurin, Vitamin B6. Und das ist natürlich ein Problem. Auf Dauer kann ich das gar nicht so schnell nachfüttern mit normalem Essen. Und irgendwann geht das einfach den Bach runter. Und dann habe ich auf der einen Seite durch die Störung zu wenig Hämoglobin unter Umständen. Und auf der anderen Seite aber auch viel zu wenig von den anderen Stoffen, die gebraucht werden für den ganzen Stoffwechsel. Für das Gehirn, dass es gut funktioniert. Für den Darm, dass er gut funktioniert. Für die ganzen Enzyme, die ich habe, dass sie gut funktionieren. Für den kompletten Stoffwechsel, fürs Immunsystem brauche ich diese ganzen Stoffe. Und wenn die natürlich über die Jahre, Monate und Wochen täglich immer wieder ausgepinkelt werden, komme ich da in einen Mangel. Und das muss man erstmal rausfinden. Eine klassische Diagnostik ist die Urin-Diagnostik. Man schaut halt im Urin nach und wenn man sieht, hey, schau mal her, hier ist viel mehr Zink und viel mehr Vitamin B6, als es normalerweise sein dürfte, kann man rückschließen, aha, schau her, du hast wahrscheinlich da diese Störung. Jetzt ist es so, dass es in der Schulmedizin heißt, die ist angeboren, man kann da nicht viel machen, man muss jetzt einfach dauerhaft ein Leben lang Mineralien zuführen. Das ist nicht ganz falsch und auch nicht richtig. Es ist so, man sollte Mineralien zuführen, das ist der richtige Anteil. Also es macht schon Sinn, das dann aufzufüttern. Das Mittel, mit dem wir persönlich die besten Erfahrungen haben, ist das Core von Biopure, biopure.eu. Das ist eine optimale, bioverfügbare Mischung, speziell mit genau diesen Mineralien und Stoffen in einer harmonischen Zusammenstellung, sodass der Körper ganz schnell das Ganze aufnehmen kann und sich damit besser fühlt. Also jeder, der den Verdacht hat, dass er da vielleicht reingehört, kann das mal probieren. Ihr könnt damit nicht viel kaputt machen. Ich verlinke das hier unter dem Video. Dann könnt ihr euch das besorgen. Es gibt auch andere Hersteller dafür, die das auch machen, aber wir haben damit eben die besten Erfahrungen gemacht. Das andere ist, und das ist eben der Teil, der falsch ist, ist angeboren. Ich habe in meiner Praxiserfahrung bei zigtausend Patienten mittlerweile nicht eine einzige HPU erlebt, die angeboren war. Das mag es geben, aber es ist höchst selten. In der Regel sind die erworben. Das heißt, es gibt Ursachen. Und jetzt kommen wir zu den vier Ursachen. Eine der Hauptursachen sind chronische Infektionen. Und zwar mit Epstein-Barr-Virus oder Borrelien und den ganzen Co-Infektionen der Leimborreliose. Die sind wirklich in der Lage, den Stoffwechsel so zu beeinflussen, dass dieser Fehler entsteht. Das heißt, es macht Sinn, da hinzuschauen. Ist es vorhanden? Und wenn ja, kann man es behandeln? Wie geht das am besten? Das Zweite, was einen ganz großen Einfluss hat, sind die Toxine. Gerade die Schwermetalle, Leichtmetalle und aber auch Glyphosat. Alles Toxine, die die Mitochondrien stark beeinträchtigen und aber auch das Zellwasser beeinträchtigen und eben diese Störungen hervorrufen können. Das heißt, hier steht jetzt an zu gucken, welche Toxine sind da und wie kann ich sie entgiften. Und das Dritte, was eine Riesenrolle spielt, ist der Nahrungsmittelbereich. Das heißt, bestimmte Nahrungsmittelunverträglichkeiten können dazu führen, dass eben auch da Schwierigkeiten entstehen. Dass ich zum Beispiel Gluten nicht vertrage oder Milchprodukte nicht vertrage oder bestimmte Lektine in Paprika oder Nüssen bei mir diese Störung hervorrufen. Und wenn ich dann entsprechend die Ernährung umstelle, ist die Ursache wieder beseitigt. Und das Letzte, was einen ganz großen Faktor auch spielt, ist der Stress und zwar vor allen Dingen der biophysikalische Stress durch Elektrosmog, aber auch der oxidative Stress einfach durch Stress. Diese zwei Faktoren beeinflussen auch den Körper ganz massiv und es macht eben auch Sinn, hier hinzuschauen, gibt es da was. Es gibt noch andere Faktoren, die auch eine Rolle spielen können, aber das sind die vier Hauptfaktoren, mit denen man eine HPU langfristig wieder heilen kann und in den Griff bekommt. Und wir testen das Ganze mit dem Praxis-Family-System. Also wir schauen einfach, dass wir das über die Testmethode herausfinden. Das geht super schnell, super einfach. Es wird kein Urin gebraucht und gar nichts. Man kann es damit sehr gut testen. Und du kannst das lernen. Du kannst lernen, wie man das macht, indem du die Praxis-Family-Methode, die Testmethode lernst über das Praxis-Family-System. Und du kannst ganz einfach herausfinden, was sind die Ursachen, wie kannst du sie behandeln, mit welchen Stoffen, wie kriegst du die Infektionen weg, wie kriegst du die Gifte raus, etc. Das funktioniert super. Und dann spielt die HPU plötzlich keine Rolle mehr. Okay, in dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias. Bis zum nächsten Mal.